Have fun, ihr sauberer Abend zurück in Assassin's Creed Valhalla. Ich spiele den DLC Dawn of Ragnarök und ich möchte mit euch mal wieder ein bisschen Story machen. Wir sind jetzt hier in der Mission Kalte Glut, Teil von Geistgefäß Kapitel 2. Nach Isars knappem Entkommen will der Erhabene herausfinden, wonach sie gesucht hat. Dabei findet er etwas viel Dunkleres heraus. Und dazu müssen wir jetzt zu einer Retailstätte reisen und ich bin jetzt sozusagen kurz vorm Ziel. Äh, zu einem Aussichtspunkt, okay. Komm schon, Baum, hoch. Uh, hier ist noch eine andere Quest. Interessant. Also hier gibt es eine weitere Quest, Entschuldigung, das muss ich kurz nachverfolgen, hups. Quest des Heilen Georgios, das war heißen, Quest des Heilen, Quest des Heilen. Nope, die Quest habe ich nicht. Das heißt, ich werde mich dann gleich hier nach Nacht rum kümmern. Gott, erstmal das. Fürst Kalder, mit deiner Erlaubnis kehren wir nun zu Aeser zurück. Bald. Noch brauche ich euch. Aesers Krieger, wie passen die ins Bild? Du bist einer ihrer Hauptmänner, oder? Ein Posten, den ich mit zwei anderen teile. Du bist mir gleich aufgefallen. Stark. Entschlossen. Komm mal hierher. Sigrun und Halstain waren zwei der meistgeachteten Söhne Ibaldis. Wenn solche eine Rufbedingung für diese Rituale ist, lockt Kalder diesen Feuerriesen sicherlich in den Tod. Ob es wohl eine Möglichkeit gibt, das Ritual aus nächster Nähe zu beobachten? Ich muss mich Kalder nähern, ohne dass er es bemerkt. Vielleicht wäre eine Täuschung das Beste. Warnen! 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 Du! Nein! Nei! Pass auf, der Hugad hätte das sterben! Tötet sie! Sie werden sie nicht im Gegensatz. Sie werden sie nicht im Gegensatz. Sie werden sie nicht mehr schreiten. Sie werden sie nicht mehr schreiten. Ah, da war das Reichtum. Two in one wieder. Oh, 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 was ist das für einer? Haha, erwischt. So, jetzt habe ich mal ein paar Register gezogen. Okay, das war nochmal Bonus. Äh, hier gibt es noch etwas. Oh, hier gibt es eine Rüstung. Ah, hier gibt es noch etwas. Oh, hier gibt es noch meinen Schauspieler. Oh, hier gibt es noch einen Rüstung. Ich bin ein Rüstung. Oh, hier gibt es noch eine Rüstung. Und dann geht es mir. Und dann geht es mir. Ach, Mist. Hm. Na gut, ich entkomme erst mal aus diesem Gebiet. So, und damit haben wir eine neue Quest, nämlich Nachgiebigkeit. Ich werde aber gleich dann demnächst nachgehen. Und das ist gar nicht weit von hier entfernt. Das ist sehr schön. Alles klar, dann sehen wir uns dann im nächsten Teil dieser Mission wieder. Herr van, euer Avoram. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.